Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu The Crew. Wir sind heute zu viert unterwegs. Bandit Bob ist mit uns dabei. Wir haben es ja schon länger angekündigt. Ich kann die Ansicht nicht einstellen. Aber trotzdem ist links von mir hinter dem komischen Penner, der hier steht, fahr deinen Hobel beiseite. Der Fischkopp. Hey Leute, reagier. Okay. Weißt du, mir wird vorgeworfen, ich werde übersteuern. Wie hast du auch nicht ansagt? Ich habe eine neue Gitarre, die ist ein bisschen laut. Tut mir leid. Ja, die ist ein bisschen lauter. Das war richtig schön. Sehr gut. Klingt nach Ibanez. Hast du sofort rausgehört, als Experte von Gitarren. Ja, ja. Alles klar. Rechtshobie ist der Jack Fleischhammer. Hallöchen, Popöchen. Endlich wieder Jack. Und vor mir, ja das finde ich auch, finde ich echt sehr gut. Und vor mir ist Bandit Bob. Hallo. Ihr seht, Bandit Bob hat ein, zwei Runden alleine gespielt. Wow. Sag mal, Bus. Ha doch vorbei, du Kerl. Alter, ich mache ihn kaputt. Okay. Ich mache das gerne. Oh nein. Okay. Okay, es geht nicht. Wir müssen andere Sachen machen. Wir müssen jetzt Sachen machen. Wir müssen jetzt ein bisschen eine Story mal vor... Oh, oh, oh. Jetzt wird es schon stressig. Minjas. Guck mal. Jetzt macht doch mal. Ich will auch so eine Spietstreifen haben. Spietstreifen? Spietstreifen. Spietstreifen. Spiet, 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 Spiet. Spieti Gonzales. Harry, bari, bari, bari. Ey, das habe ich ja auch schon gemacht, glaube ich. Auf jeden Fall bringen wir hier neue Rogenmix. Du, das kann gut sein. Ich habe jetzt einfach mal... Alles für den Minjas, ne? Na ja, klar. Man muss ja auch den Armen und Schwachen helfen. Oh, was ist das jetzt? Ah, geht's. Okay, also ich darf nicht drauf fahren. Könnt ihr euch erinnern an Folge 1 und Folge 2? Was? Folge 1 und Folge 2, könnt ihr euch erinnern? Von Harry und die Hendersons? Nein, von The Crew mit euch beiden und mir. Nee, was war denn da? Oh, jetzt fehlst du ab. Da war ich immer erster. Leider wird Bandit Bob gewinnen. Weil er das größte Auto hat. Weil seine Karre überhaupt gut ist, ja, genau. Alter, ich bedenke... Oh nein, hol den Bob raus, geil. Welches Level hat Bob? Äh, 50. 50? Lass mich durch, Bob. Lass mich durch. Oh, Bob ist zu schnell. Rass mal, wer auf Platz 1 gerade steht. Bob ist viel zu schnell. Halt die Schnauze, Jackie. Ich kann... Guck mal, ich kann nicht... Oh, 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 oh. Oh, nicht daran. Oh, wie ihr rettet. Gott, der ist es. Oh, shit. Oh, mein Auto ist so schlecht noch. Im Gegensatz zu Bobs. Ich merke das schon die ganze Zeit. Aber ich kann schon ziemlich gut fahren mit der Tastatur, ne? Oh. Ja, für mich auch. Nein, Bob. Nein. Fuck. Oh. Ich muss mal rausfinden, was auf der Tastatur die Taste ist, für sich auf die Strecke wieder rauftun lassen. R. R lange drücken. R. R. Reload. Macht ja total Sinn, ne? Oh. Wie ne Waffe nachladen, nur halt als Auto und mit Straße. Quasi. Es ist exakt genau das. Was ist eigentlich Minjas? Was ist eigentlich Minjas für ein Platz? Dritter? Der da, ja. Zumindest muss ich Minjas holen hier. Es gibt aber hier Zwerun. Ey, Bob, bitte. Überhol mich nicht, ja? Ist ganz wichtig irgendwie auch. Es ist ja ganz wichtig irgendwie, sagt er. Ey! Ey, du... Du, nein! Bob, du bist mein, mein, mein... Junge, du musst mich, äh... Alter, nein, ich bin zu zweit. Du bist ja... Alter. Können wir... Kann bitte irgendwer Minjas kaputt machen? Ich hab dich nicht abgelenkt, das war der andere, das war der NPC. Ich hab dich überhaupt nicht abgelenkt. Er war schon relativ langweilig hier vorne. Du weißt schon, dass der Name drüberstehen, ne? Nein, 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 nein. Oh, hier, schlägt die gleich ab. Du hast das erste Mal Nitro genutzt in dem Spiel. Was? Oh, ich kann nicht nach. Oh, nein. Weg da, weg da. Bob, halte sie sich ab. Wow. Das Hirni, das Hirni, das Hirni, das Hirni. Alter, scheiße, hast du schon schein geknappt. Ich hab dich mal angeschoben. Danke. Darf man eigentlich hier mit so einem überpowerten Wagen antreten hier, Bob? Ich finde auch, Bob darf nicht mitspielen. Also Bob darf nicht... Bob sollte sich irgendwie einen alten Wagen kaufen. Bob sollte die Hand brechen, damit er nicht lenken kann. Das Problem ist, der wird sonst so oder so schon eine gewisse Stufe haben, weil ich halt die Teile dazwischen hab. Kann man denn, kann man denn einen Trabi kaufen? Geht das? Hey, gut, schau uns. Ich hab gesehen, man kann sich einen Golf GTI holen, ne? Alter. Ja. Dieser fucking... Oh. Das war Glück. Das war... Oh, nein, gib Gas, gib Gas. Ich hab's noch ein bisschen gedreht. Ja, ich hab's gesehen. Also ne Andor... Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Herbert. Oh, Hupe. Was eigentlich mit der Hupe? Nächstes Mal kriegst du... Geht das hier, Hupe? Wie geht das hier überhaupt? Auf welcher Seite denn? Sagt er. Uh. Sag doch mal. Äh, drück mal R lange. Du kleiner Penner. Komm, komm. Welcher bin ich jetzt eigentlich? Zweiter? Ja, das war ein mieser Mut von mir. Deswegen seid ihr alle vor. Jetzt muss ich nachholen. Okay, aber Bandit, du musst jetzt kurz anhalten. Nein! Nein! Oh mein Gott! Nein! Ich hab die Karte von mir gesehen, weil ich dich gesehen habe. Oh, shit. Aber das sich wieder zurücklegen auf die Straße ist gar nicht mal so schlecht. Ne, ne, es bringt dich auf jeden Fall weiter, aber es zieht dir in manchen Rennen Punkte ab. Punkte brauch ich nicht. Hauptsache erster... Wer baut denn hier... Ja! Oh, fuck! Nein! Hauptsache nicht. Hauptsache nur Hinterwurm. Die Zeit läuft, Jungs. Die Zeit läuft. Ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. Ich schaff's nicht, ich schaff's, ich schaff's schon. Komm, zweiter Platz, zweiter Platz, komm! Kurt überholt mich nicht. Und voll Rinnenbob, ne, doch nicht. What? Kurt? Naja, Kurt war der andere. Kurt. Ach, das geht nicht. Kurt. Ich will müssen die ganze Zeit auf nochmal neu starten. Ich hab mich überhaupt nicht warm gefahren. Und ihr seid die ganze Zeit schon rumgefahren, wie die Blöden. Nein, ich nicht. Deswegen hab ich auch verloren. So ein Quatsch! Bob hat gewonnen, ja. Also wenn Bob nicht mitspielen würde oder ein Auto hätte, was langsamer ist, dann hätte ich gewonnen. Ja, genau. Das ist wichtig. Du kannst mal schön... Minas, hast du eigentlich die Prüfung damit bestanden oder müssen wir dich... Ja, das ist alles gut. Ich hab die wenigsten Punkte bekommen. Warten auf andere Spieler. Ich hab schon gedrückt. Machst du Einschusslöcher an der Seite, Bob? Ja. Krass. Bob ist ein ganz harter. Ja. Du, was ist jetzt hier? Oh! Genau. Nimm ich dir nicht oft dein Milchgeld ab. Mit deinem Pausenbrot. So, ich muss ein bisschen das Spiel lauter machen. Ticken. Mann, ich hab's mal auf, wo du hinfährst. Ich hab's voll aufgeregt, das Spiel. 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 Wo geht's dann weiter hier? Wo blinkt's denn? Da hinten blinkt's. Ah, jetzt. Einer muss reichen. So. Soll ich mal die nächste Mission markieren oder mach das Spiel das von alleine? Wie ist eure Erfahrung? Äh, bitte mach das. Bitte tu das. Also da, wo ich jetzt bin, da muss ich immer selber markieren. Okay. Dann werd ich jetzt auch markieren. Ah, nee, Quatsch. Okay. Lass mich mal die Stufen hier nachgucken. Zwölf bin ich. Hiern hier ist zehn. Jack auch zwölf. Bennett gilt nicht. Ähm, ich würd sagen, wir fahren aber zu dem nächsten Ziel, oder? Äh, geht auch nur. Wo sind denn die Skiffstreifen von Jacky hin? Die was? Achso, ich hab wieder gewechselt. Wie hast du das denn gemacht? Äh, über die mobile Garage kannst du wechseln. Mobile Garage? Mhm. Da kannst du dein Auto wechseln. Ja, ich hab dir einen Punkt gesetzt. Ihr müsst das so sehen, oder nicht? Okay, cool. Ja, ich seh was. Ja, dann, dahin. Erster! Ich seh nichts. Falsche Richtung steht bei mir. Tja, freut mich. Wer erster ist, kriegt zehn Mark. Okay. Von Jacky. So, du bist. Musst du halt noch zehn Mark besorgen, irgendwo. Ach, irgendwo bin ich das so weit. Ich hab letztens fünf Markstück gefunden. Echt? Fünf Markstück? Markstück? Kann man immer noch einen wechseln, ne? Ja, bei der Bank. Hat Geld? Ja, Mann. Das ist von der Scheine. Das ist vom letzten Bankraub, das Geld. Ich musste ganz kurz hier mir die Sehenswürdigkeit angucken. Hab ich auch gemacht, ja. Wie schnell bauch ich es, ey. Oh, hier piept's, hier piept's. Warte mal, hier piept's. Dude, dude. Oh, nach rechts. Wir müssen mal das Teil finden. Wo? Warte mal. Ist das irgendwo auf einem Hof oder so, verstehe? Was, Jack? Los, ich fahr schon die Recherstangen. Bob, hast du auch, hast du schon diesen, diesen Wagen? Hast du schon 20 Teile gefunden? Ne, hab ich nicht. Wollte ich heute noch machen. Hab aber erst sechs Stück oder so. Ich hab ihn. Acht. Weiß jetzt denn, jeder. Wo denn? Komm zu mir. Vom Hot Rod ein Teil. Ich möchte. Ich bin hier jetzt alleine unterwegs. Ich warte hier. Wo muss ich da rein? In den Schrotthaufen reinfahren. Wow. Hier. Ah. Wo denn? Hier? Ach, da. Weil wir piepst gar nicht. Das hab ich schon. Nein, dann ist... Haha. Bandit. Hm? Warum bist du silbern? Weil das die Rennedition ist. Äh, die Rennedition. Bandit baut praktisch schon alles, weißt du. Der gibt sich nicht zufrieden mit irgendwie. Der hat Level 50. Alter. Mal wieder abgeht. Die fahren sich auch viel leichter, oder? Die Autos? Dann später. Geht, also Kurven? Doch, ja. Auf Straßen, ja. Auf Straßen, ja. Alter, Wop. Wop. Das haben wir Wop. Hey, Jack. Alter. Pass auf, Hirni. Ja, ich hab dich schon. Bisschen spät. Du hast nicht rausgekommen, ne? Fucking Fleischklumpen. Heute mal keine fleischlose Folge, übrigens. Ja, heute mal... Wie heißt das denn nicht? Egal. Eine carnivore Folge. Das heißt, wenn man... Oh shit, da war ein Kür! Hey, Fischi. Fischi. Ja. Fischi. Oh nein. Oh nein, oh Gott, wie schneller er ist. Oh mein Gott, Alter. Du dreckiger Penner. Du bist aber echt viel zu schnell. Du darfst gar nicht mitfahren. Warum fährt ein Bob eigentlich mit? Der war halt da so. Und dann... Fischkopf ist besucht, ey. Ja. Hat Fischkopf... Ja, und rate mal weswegen. Da kann man springen. Jungs, da kann man springen. Ja, bin ich schon. Hab ich Gold. Wo muss man denn hier springen? Oh... Nein! Ja, da, wo Bob mich gerade von der... Da steht ganz groß springen. Bob, du Penner. Was soll denn der Scheiß? Kurz vor der Sprungschanze. Du bist... Du bist doch mal ein Kumpel mit mir, sag ich dir. Aber von hinten. Meine Fresse. Da fällt mir eigentlich, wollte ich eh noch anschreien, ne? Was? Wegen der Rust-Nummer? Wo du mir die Hose ausgezogen hast? In der Aufnahme, wo wir 20 Minuten vorher eine Hose gesucht haben, weil wir ja aufnehmen mussten. Okay, ich reg mich jetzt nicht auf. Ne, passt. Oh, sag mal Bob, denn... Jaja. Das macht Laune. Was? Jetzt redet er, aber ich kann ihn nicht lauter machen. Also, liebe Zuschauer, ich kriege diesen Ingame-Sound nicht lauter, dass ihr das besser hören würdet. Ne. The Crew ist auch... Ich finde, es gibt so viele Story-Spieler da draußen. Warum sollte man sich jetzt unbedingt die Story von The Crew anhören? Nein, nein, ich kann es natürlich verstehen, warum, aber nicht warum. Naja, das würde ich jetzt nicht mehr... Du würdest das ja leider nicht, weil... Ne, ausschließen nicht, ne. Aber es ist... Aber es ist wie so ein Van Damme-Film, weißt du? Du weißt schon vorher, was passiert. Ne, das ist ein Steven Seagal-Film. Steven Seagal, ja. Der hat ja eine ganze Zeit lang nur noch einen Double verwendet, weil er sich einfach nicht mehr bewegen konnte, der Klops. Immer wenn ich mal an Steven Seagal sagst, sie hat so eine Riesen-Möwe von mir. Wieso, wieso waren die Bullen denn von mir? Ja. Hast du mit Steven Seagal gesagt? Immer wenn ich den Namen höre, muss ich an so eine Riesen-Kampf-Möwe denken. Eine Kampf-Möwe? Seagal. Seagal, ja. Mit so einer, weißt du, mit so einem Band um die Stirn, wie Rambo. Nur halt als Möwe. Das stelle ich mir sehr lustig vor. Komm her. So, Bandit, hau ab. Jackie, vielleicht gesucht. Wow. Er fährt mir hinten. Ey, was wollt ihr denn von mir? Ich habe seine Bullenkumpels getroffen gerade. Soll ich die mal kaputt machen? Ja, bitte. So, Menyaz, kannst du derweilen mal bitte die Mission annehmen? Ja, ich würde gerne, aber die Bullen fahr mich hier raus. Ja, dann streng dich mal an. Sie sind verhaftet. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Sag mal, ich würde jetzt gerne mal die Mission annehmen. ja okay ich bin wieder da fischkopf gesucht ist egal wir starten jetzt jetzt bin ich jetzt starte schnell 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 leute das ist nicht lustig geht ja nicht weil jack gut dass jack wieder dabei ist ich habe es ausgerissen bob ist anständig ob es ein arsch oben kommt noch fischkopf wurde verhaftet aber das habe ich alles schon gemacht ja wir müssen jetzt mitziehen ja entschuldigung ich habe extra mit die zuschauer das im display over das auch wieder auf road ich mag das ja wir werden jetzt aber jagt ich drücke schon jetzt hier also ich habe schon mal ich glaube da war ich gut drin ich weiß es nicht mehr probieren wir brechen auf den rekord hauptsache bob hat die gleiche karte ist wichtig jetzt zeigt sich wer wirklich fahren kann ich bin durch die menschen machte durch jetzt zeigt sich wer steven seagall woher die was machst du denn da turbo ach ok bob hat dich weggedrückt nein habe ich gar nicht doch nein bob hat dich weggedrückt ja habe ich gesehen ich habe es genau gesehen das war fischkopf what na klar wenn du so sprichst ich kenne doch dein lügen alter ihr könnt euch gerne die folge mal angucken oh wo sind wir denn jetzt das ist ein flugzeug ist doch geil hier fliegen ständig flugzeuge über einen rüber wenn man gerade nicht so macht da 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 egal was ich mache ich bin immer langsamer ja wie sich genau so verdreht im blöden sonnenblumenfeld lass das sonnenblumenfeld in ruhe das ist total nett ja das ist total unaufgeregt hat schatze jetzt will ich ihn aufhören bringt nein nein bob du bist mir vorne reingefahren du bist mir vorne reingefahren das ist diese typische oh diesmal hier Windhörnsturz das kann nicht sein oh ne nein warum ist ein fischkopf so abgeschlagen du hast du nicht ein fisch du 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 ach 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 ey 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 warte auf den mitspieler ich hasse es warte auf andere mitspieler warte auf andere mitspieler minisekunden vorher bin ich durchgefahren danach meine ich aber das spiel macht das extra ja oh gold gold was gibt es jetzt bremscheiben oh würde ich kann ich so ja noch nehmen ein grip bonus bob hör auf zu lachen bischi hast du dir gerade wehtan ja ja kann man später eigentlich auch solche autos fahren wie wir jetzt gefahren sind ja kann man sich irgendwie bauen lassen ich könnte mir schon ein gelände Fahrzeug bauen lassen ne das sieht aber nicht so aus ne aber besser so was machen wir jetzt so nächste mission eine haben wir noch wie eine haben wir noch ein Zeigenschutz ein Donut ist genau ja ey der wollte gerade einparken geh weg mach doch nicht hier so neu ja 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 ich wollte der hat echt zu viel der hat echt zu viel ja 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 nein nein oh was machen wir da Kinder hat auch zu spielen ey Destruction Derby wir müssen uns unbedingt so ein Spiel räumen wenn man so ein Spiel oh da bringt auch mal die Drohnex bei dem Pfeiler ey es gibt ein gutes Spiel es gibt ein nächstes next car ja 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 stimmt müssten wir echt machen okay wir machen jetzt hier ganz in der Nähe Freunde so ein Destruction Derby holen ne wir spielen wie heißen das das was man immer was man als Autorennfreund immer spielt wie heißt denn das GTA spielen wir dann bald so wir fahren jetzt dahin los wo denn wieso fahren wir denn wieso Blitz reisen wir nicht weil wir fahren und dann passieren viel aufregende Sachen okay du wolltest noch immer Action und das kriegen wir ja nur wenn wir fahren ich meine ups ich habe eine Polizei echt super ich habe das strich nicht gesehen strich nicht gesehen Jack oh Jack warte auf mich ich kann nicht die Bullen schieben mich in andere Fahrzeuge und sagen ich hab sie kaputt gemacht oh 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 will ich nicht wegstoßen hier ist hallo Thompson du bist in Aufnahme live dabei gleich schau mal oh oh shit oh shit ich kann das spiel nicht ich kann das spiel nicht oh nein boah oh schade Silber ja das war Gold Silber alter das geht hier hart man das nächste Mal musst du halt sagen wenn ich dich ein bisschen anstoßen soll ne ich hab das ganz gerne aber nur wenn wir nicht in der Aufnahme sind ah von hinten du seid ja nicht lang ach immer dieses Bremsen wenn er ein neues Teil einbaut da ist es doch schon hier gehts los die letzte Mission für diese Folge von The Crew wieso darf ich nicht mitfahren geht los jetzt gehts los los musst du bestätigen dann gehts los puh sehr gut auf gehts ich habe bestätigt ein Bußgeld von oh wurde bezahlt 600 Dollar seid ihr bescheuert ihr klebt die Eier ha 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 wir sollten jetzt auch essen kuchen ha 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 oh was ist das schon wieder gelandet ja jetzt 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 gehts richtig los oder das ist glaube ich ist das nicht die letzte Mission um im Westen dicke Eier zu kriegen und sein Tattoo beizubekommen ne ja jetzt jetzt werden wir gerade verfolgt weil ok darauf gekommen dass wir sieben sind schützen 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 von wem wer denn nein das ist Hirn ja genau das folgen alle mir das finde ich super wir müssen dich schützen wir müssen die anderen also kaputt machen boah ha 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 wer ist da vorne wer ist da vorne wir hatten ja ihr müsst nur abhauen ihr müsst nur abhauen alles gut ne wir müssen einfach oh shit die Bäume wie soll man das denn machen bitte bellbop ist gesucht wir müssen bellbop halten leck ui das war knapp leck bei mir ist alles stehen geblieben bei mir ist alles gut bei mir ist alles gut check in flash ooooh lol lol oh 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 ja der ist hin der macht sie hehehehe jetzt seht ihr oben die die Zeit die weg geht wenn die Zeit auf null ist haben wir gewonnen aber das wisst ihr ja ja das ding ist bei mir ist glaube ich server mäßig was denn echt jetzt ich bin bei dem seit ihr mal dem fahrzeug was wir schützen sollen ja sieh auch dichter fahren weil ich bin genau hinter dem auto geschafft so sehr gut das reicht wenn jemand aus dem kreis raus geht deswegen sage ich geht weg gold aaaah du bist also so ein glitch user ja nein das ist so bandit das darum geht es in diesem spiel nicht glitch das ist ja kein glitch fucking fucker ihr hättet jetzt platin gemacht wir entschürzen check ja na klar dank bob ist das jetzt praktisch gold wir dann hat wieder nur und wie probleme mit leg und so wow 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 sind wir jetzt fertig alex alex schätze ich bin okay schätze ich muss sie weg schätze die dialoge sind nicht gestärkt ja ich schätze mal wir sind am ende einer folge herschel craig herschel craig tritt auf den plan nein oh wir kommen rüber wir kommen rüber wer ist in der nächsten es ist hin wir müssen nach chicago zu herschel 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 ich will zum fisch kommen ihr lieben wenn es euch gefallen hat dann lasst uns daumen hoch da wir sehen uns zur nächsten folge von the crew wieder und das schon in der nächsten folge tschau tschüss tschau auch okay so